hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von uns heute drehen wir das halloween special 2016 heute ist der 31 oktober und somit halloween ja wir haben uns hier ein paar schöne sachen herausgesucht wo wir dachten die würden gut zu halloween passen dann haben wir hier einmal die speedy von nico machen wir schnell mal auf ja das sind so bodenwirbel also kreisel in zwei verschiedenen farben einmal in rot und einmal in grün so dann haben wir hier die gruselfeuer von keller feuerwerk die sind schon etwas älter einmal in rot einmal in blau gelb und zweimal in grün dann haben wir einen vulkan von wiko die fireballs von nico das sind noch die guten mit kügelchen noch drei stück drinnen dann die wirbel blink bälle von liebenwein wiko da sind noch drei stück drinnen dann ein sehr schöner artikel die klabauter männer von keller feuerwerk noch zwei stück enthalten und zu guter letzt die teller ufos die bodenwirbel da ist nur noch eines drin dann wünschen wir euch viel spaß mit unserem halloween special und wir hoffen unsere auswahl gefällt euch bis später so jetzt sind wir draußen angekommen und ich würde sagen wir beginnen mal mit den speedys von nico zuerst machen wir einen roten und dann einen grünen und jetzt die restlichen auf einmal das war so zweimal rot der zweite scheint es rausgegangen zu sehen ok ja der funktioniert nicht und dann die zwei grünen ja der eine hat sich leider nicht gedreht oder für der andere umso besser ja mit was machen wir dann weiter ich würde sagen mit den fireballs von nico ohja das sind noch die richtig guten fireballs und die restlichen beiden machen wir auf einmal ohja die sind noch richtig richtig gut dann machen wir jetzt einen vero blinkbar von liebenwein dico ja ein sehr helles weißes blinklicht aber leider eine kurze brenndauer dann machen wir jetzt weiter mit den killer ufos hoffen wir dass es sich dreht ja sieht gut aus ja sieht gut aus oh mein gott ok das crackling war um einiges lauter als von den crackling bellen von nico dann machen wir mal mit dem kaboutermann weiter ein sehr schöner klasse 1 artikel ja der ist jetzt nicht so hoch gestiegen machen wir gleich den zweiten machen wir gleich den zweiten nach zwei artikel dann würde ich sagen sind jetzt die gruselfeuer von keller beginnen wir mit dem roten beginnen wir mit dem roten weiter oh mein gott ok ja keine ahnung was gerade passiert ist aber das ist voll explodiert jetzt spüren wir es mit dem blauen ja das war ein sehr schönes blau aber leider wieder nur eine sehr kurze brenndauer und jetzt machen wir zum schluss die zwei grünen oh mein gott habt ihr das gesehen die hatten so einen aufstiegseffekt wie der klabautermann oh mein gott ja und hier brennt er immer noch weiter ok ja dann kommen wir zum letzten artikel unter das halloween specius der vulkan von veco und hier so So, und das war's von unserem Halloween Special 2016, wir hoffen es hat euch gefallen und wir würden uns über ein Like und ein Abo freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.